so hallo hallo und willkommen zu deiner Folge Minecraft Scarlet genau, die die erste Folge nicht gesehen hat aber ich nehme hier schon mein Brot hier aus unbedingt rechts oben beim i hier nachschauen genau, da haben wir nämlich hier erkundet, sind ein paar mal gestorben und so und haben halt dieses Hause gefunden, was auch immer das für ein Haus ist und wir haben sehr so einen Drachen oder so gesehen und ja, und mir ist echt oft gefallen, euch gefällt hier wirklich Minecraft Scarlet es hat einfach 70 Kommentare gehabt oder so, die erste Folge, ist unglaublich eigentlich und ich glaube ich könnte demnächst sogar wieder sowas machen wenn ihr was in die Kommentare schreibt, dass hier praktisch eingeblendet wird also schreibt mal wieder Kommentare hier ich habe das Haus jetzt ein bisschen hier ausgebaut ich weiß nicht, hier kann man nämlich hier hintere graben jetzt aber ich habe jetzt auch geschlafen, das heißt ich spawne hier und ich habe ihn im Detail ein bisschen gedingst hier äh, ja genau mit der grünen Hose hier und ihr habt auch gesagt, das soll hier anscheinend ein Dungeon sein oder so wo man runter kann, aber ich lasse es hier mal genau, ähm ich gehe jetzt einmal erstmal raus hier, okay ich hoffe, dass die Drachen nicht wieder spawnen hier ist nochmal so ein Dings oh lol, ein Skelett Dings ich weiß immer noch, was er nicht mit Manuskript oder was es ist hier graben kann also das stimmt, meine Eisrüstung ist irgendwie weg, gell? kann ich hier das gleich nehmen aber der grüne Dings ist, glaube ich, besser als eine Eisrüstung hier und ich habe Angst, dass hier wieder solche, ähm, Dings kommen solche Drachen sind nämlich richtig böse Dary Dinos so so, wir haben zwei Skelett Cup drei sogar ich kann was mit dem Macher und Copwebs, ich weiß nicht ich glaube, ich könnte mit Copwebs sowas bauen hier sind ein paar Chests was ist das hier? oh, lol, das kann man abbauen lol, okay easy, goldnack jetzt, oder? lol, okay das habe ich nicht gewusst wenn man hier raufgekommen so ein Geld Dings ich dachte, das wäre einfach so irgend so was komisch, also ich weiß nicht na, dann baue ich das schnell, einfach schnell ab hey, easy, easy, goldnack jetzt, oder? da kann man auch, kann man auch umcraften hier was ist das hier, ist ein Stern? Shared Stone ich glaube, es ist einfach hier der Stein hier ich weiß nicht, ob ich hier bleiben will eigentlich weil, ja, gut, ich habe ein Baum-Sabling hier war auch noch so ein Dings das habe ich, glaube ich, auch nicht fertig gelootet ich werde gleich, guck mal das so alright, wir haben einen Bogen gefunden äh, Chew Longbow, ich weiß nicht, was das ist okay, ich loote mal jetzt nicht so viel das kann man im Nachhinein wieder noch looten weil, ich wollte eigentlich hier runtergehen heute ähm, zu dem Villager-Dorf und irgendwas da vorne ist, glaube ich auch so ein Zaunteil da will ich heute Nacht sehen ähm, ob da irgendwas Gutes dort ist oder irgendwie Loot oder weiß ich was gibt ich weiß es nicht okay, ist noch richtig viel Gold hier, aber ich lasse es mal hier stehen das können wir nachher alles mitnehmen und in der Nacht müssen wir unbedingt, da dürfen wir nicht draußen sein ich habe jetzt mal ein bisschen Holz weil, ähm, ich glaube, wir bauen uns so eine Dings so eine Indoor-Dings also so in der Mine bauen wir so Bäume an oder so oder das geht's insal-Uschnell weg okay, lol ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? genau, Leute, jetzt ist ein Dschungelbaum äh, dann schauen wir hier, was da drinnen ist genau, in der Nacht dürfen wir nicht draußen sein weil, die Zombies haben hier einfach einen Dings die haben hier einfach eine komplette Ausrüstung mit Waffen und alles das ist unglaublich eigentlich okay, okay, okay so alright und, by the way, ich habe jetzt auch ein Scarlet-Intro also, äh, wenn euch das gefällt, könnt ihr in den Kommentaren mal schreiben äh, wie euch das gefällt, ja okay, was ist das, äh, wieder Blueberries Leute, was ist das für ein Baum? das bist du? äh 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 droppt das überhaupt? ne, das droppt gar nicht also, lol, ne, ich glaube, der Baum ist auch verwiesen oder sowas kann's sein, ich weiß nicht okay, hello, Villagers Villagers and Villagers oh, oh, es ist ein Drache irgendwo oh, oh, schnell kleines Haus böse, 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 böse okay, jetzt ist irgendwo ein Drache und ein Elefant, aber da sehe ich was Villagers, das kommt rein hier ist irgendwo ein Drache ich glaube, der kann nichts anrichten, oder? hier ist irgendwo ein riesiger Drache Dache, hallo ich geh mal von Haus zu Haus, mein Herz kann so die Villagers sounds okay, hier ist ein Dings, da kann ich mich looten ja, ich hör ihn schon ja, Villagers schenke ich dir so ein kaputter Eisenspitze und Dirt oder war der? wo ist der? ich sehe irgendwie über uns der Drache ich glaube, der ist weiter weg schon, hier ist ein Brunnen oh, er ist direkt über mir irgendwo ich geh erstmal hier rein er macht nämlich richtig viel Damage, haben wir gemerkt Folge, Folge oh Leute, wie laut der ist ich stelle ihn mal ein bisschen leiser so friendly, ne, warte, äh, hostel creatures so, jetzt sollte er leiser sein, irgendwie hier ist ein Ofen hey, wo ist denn der? wo ist denn der? ist richtig laut immer noch hilft das überhaupt, wenn ich den irgendwie nach leiser stelle? wo ist der? frage ich mich jetzt wieder weiter weg wo ist der? oh, er ist direkt über mir oder wo ist der? ist unter mir? ich weiß es nicht wo ist der? ich stelle mal ein komplettes Sound ein bisschen runter sorry Leute er ist jetzt irgendwo direkt über mir ah ja, da ist er ok, ok, ok macht richtig viel Damage, glaube ich das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich den zähme oder so könnt ihr auch mal in den Kommentaren schreiben hier alright, äh, was verkaufst du? Wolle äh, ja, nichts viel braucht man eigentlich nicht oh nein, böse kann ich bitte weggehen jetzt ich schacke oh hier ist er, hier ist er, hier ist er oh, 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 oh lol er hat mich nein, 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 nicht scham nicht scham Ok. Ich habe richtig viel Damage gemacht aber der andere fang mal wie was? Egal. Als ob zo' ich hier irgendwie reinkam Müsst Du unbedingt Finances auf dem Villagedorf Ich kann den mit gleich Da kann ich, glaubt ihr, ich kann den weglocken? Äh, egal, ich renne auch schnell wieder hin Aber glaubt ihr, ich kann den weglocken? Kann er sicher weglocken, oder? Ah, das ist richtig OP, aber als ob der hier rein kann Ich glaub, ich muss einfach hier eine Tür einbauen Oder ich muss in ein Haus gehen mit so einer Tür Dann kann ich einfach hier den killen Wenn ich den kille, glaub ich kann ich den mit Sämen oder so, ich weiß es nicht Okay, jetzt noch ein bisschen Dings hier Korn und sowas Bitte ist er noch da Er ist noch da, er ist noch da, er ist noch da Oh Leute, hier ist ein Toter Da ist einer und ein Toter Dann kann der ja rein jetzt Der killt die ganze Filizia Okay, kann der nicht rein, wenn die Tür zu hoch ist Kann der nicht rein, okay, okay Ich kann ihn schlagen Ich kann ihn durch die Wand schlagen Okay, lol Okay, ich kann ihn durch die Wand schlagen Aber hier ist ein Toter Das Ding ist, der nervt mich gerade ein bisschen Ja, der killt die ganzen Dings Aber hier ist ein Toter Das heißt, ich nehme einfach schnell hier die Tür mit Und schau, als ich in die Schmiede komme Und immer schnell meine Items Weil er kann nämlich durch Türen anscheinend durch Okay, fliegt gerade Meine Chance, meine Chance, meine Chance, meine Chance, meine Chance Schmiede, schnell in die Schmiede, schnell in die Schmiede, 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 Schmiede So, so, wo ist meine Leggings? Habe ich die verloren? Kann das sein? Nee, oder? Nee, da ist sie Okay, die Eisenlegings brauche ich nicht Äh, das brauche ich nicht So, aber ich kann ihn killen, wie wir gerade bemerkt haben Und er macht gar nicht so viel Damage Was sagt er, was sagt er, was sagt er, in den Chat hier, was Äh, Meteor, Crash is on the ground 360 seconds, äh, Koordinates Koordinaten, warte mal Äh, 3, 4, 0 Okay, nee, ich bin weiter weg, ich bin weiter weg, alles gut Minus 3000, wups, ich habe gerade einen Screening gemacht Äh, alright Äh, das Ding ist, ich habe einen Bogen Hallo? Ist er noch da? Ich gehe mal nach vorne Ich glaube, ich ist weg Hier sind zwei Kann ich die irgendwie reiten? Kann ich dich reiten, tote Drache? Kann ich dich reiten, tote Drache? Oh, oh, sind die tot? Kann ich die irgendwie zähmen? Jetzt sehen mich die Leute Ich glaube, die bleiben hier Da vorne ist noch ein Ding Wow, wow, oh, oh Irgendwas hat mich gerade an Irgendwas habe ich angegriffen, ich weiß nicht was Nein, das ist so ein, das ist so ein, das ist so ein Fisch Oh, oh Okay, ein Tier habe ich ja angegriffen, so ein komisches Tier Ich gehe mal, ich versuche mal schnell nach Hause zu kommen Ich hoffe, da ist nicht der, vor allem ein Dragon Dings Bitte lasse nicht da oben sein Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Ich wollte eigentlich noch meinen gehen hier Aber ich muss hier erstmal nach Hause kommen Oh, lol, da ist er, okay Oh, lol, hier ist irgendein Dings mit einer Waffe Okay, ich glaube, ich muss meinen Villager nach, äh, Dings überwachen Äh, übernachten hier Ich verrehe mich hier schon die ganze Zeit, weil Ah Okay, ist nicht safe Ich gehe mal ins Schmiedenhaus Ich übernachte mal bei dir Villagers Ich muss ganze Villager irgendwie einsperren, oder? Warum sind schon solche Dings? Villagers, kommt rein! Wow, oh mein Gott, war es knapp Kann ich dich killen? Hallo Vielleicht kann ich dich killen, nice Komm her, komm her Einmal bitte her, komm her, komm her, hallo Kommen just Dings hier Was bist du? In so einem Greifer, oder? Haben die gesagt, ist das? Oh, lol Was ist das für ein Vieh? Er ist gerade richtig, äh, dunkel Sorry, sorry, sorry Sorry, der Lori Das Ding ist, ich habe keine Kohle, okay? Die Dings fackeln Das Ding ist, ich könnte die versuchen zu killen Wir rennen hier auch Komm her, komm her, komm her Oh, oh Er macht Wither, oder sowas Oder Nausea, und sowas Der soll doch herkommen, der Dings Oh, oh Lol, ich habe ein Schwert hier platziert What da? Lol, ich habe er? Ich habe ein Schwert Lol, ich habe ein Schwert dupliziert Oder? Nee, doch nicht Man kann Sachen platzieren, oder so? Glaubt ihr, man kann Dings auch platzieren? Oh, lol Man kann, Tatsache, man kann Dings platzieren Okay Oh, ne Death's Notes Lol Man kann einfach hier Eis platzieren, lol Cool, was ist denn das? Komm rein, Wither, komm rein, komm rein, komm rein Okay, okay, okay Das ist ein Zombie Ja, ich glaube, ich brauche halt unbedingt jetzt mal Dings Ich glaube, ich könnte versuchen hier in ein anderes Gebäude zu gehen Mit einem Ist mein Brot Ich glaube, mein Brot ist Ne, da ist mein Brot Äh, kann ich versuchen mal In ein anderes Haus zu gelangen Schnell, 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 schnell Hier sind Villager, hier sind Villager Ich weiß nicht, was ich mir machen kann Ich weiß nicht, wie ich dir erzählen kann, oder so Können wir mal in die Kommentare schreiben, wie man dir erzählen kann hier Alright, hier ist eine Fackel Das Ding ist, hier ist keine Tür Das heißt Alles gut, Villager, ich baue jetzt zu So, das schenke ich dir, lieber Schmied Okay, da verkauft ein Fisch und sie ernst Dings Äh, die Fackel bräuchte ich Nämlich Gehe ich jetzt meinen einfach Ich meine, warum nicht Ich habe jetzt irgendwie zwei Eisenschmerzen Ich glaube, ich habe es irgendwie dupliziert, oder so Alright, dann können wir einfach mal meinen Ich meine Okay, ich warte, ich baue mir hier oben einfach mal Ist jetzt mein Second Hall, irgendwie so Mein zweites Gebäude So, schnelle Crafting Benjeridino Ähm Nein, das wollte ich nicht Egal, ich baue das mal hier ab, schnell Ich baue hier ein Crafting Table hin Hier schenke ich dir, Villager Und das brauche ich Hier ist irgendwo Alles mögliche für Viecher draußen In der Nacht ist es echt Gruselig hier draußen Okay, das sind die Villager, glaube ich Aber ich weiß nicht, was man bei den Dings hier machen kann Okay, jetzt habe ich dich ein bisschen einbaut Egal Äh, gehen wir jetzt schon mal Ah, schon stimmt, der Chess wollte mir noch machen Der Chess Redinos Äh, bam bam Ich hoffe, Chumholz findet man hier, ähm, öfters So, das lege ich hier ein Das ganze Goldene Äh, Obsidian Das brauche ich noch nicht Das Manus Also, was brauche ich Also, was wichtig ist eigentlich Dings, das, das Strawberry Dings Skeletz Geil, kann man was Was man dem machen kann Oder kann man mit dir Irgendwas machen Kann ich gleich nachschauen Gehe ich noch schnell meinen Ne, kann nichts machen Ähm Wenn ihr irgendwelche Ideen habt Könnt ihr eh in die Kommentare schreiben Wie gesagt, hier So Gehe ich noch schnell meinen Ganz schnell So Alright Das brauche ich alles nicht So Das heißt, falls ich sterbe Dann ist es nicht so tragisch Alright Bogen könnte ich auch noch reinlegen Weil der ist noch ganz wichtig Engelig Leute, hier ist ein Villager Mach doch die Tür zum Villager Sonst kommt das Viecher wieder rein Alright So Bam Bam So Ich komme hier einfach mal nach unten Da vorne war noch so ein Dings So ein, äh Tower oder sowas Kann ich dir ja auch Nachher anschauen Alright Ist schon das erste Erst Was bist du? Zinn Oh, not silver Okay Ja, es ist aber noch nicht silver Ist es Zinn oder was Oder wie das heißt Lol Ich weiß nicht, ob ihr das hört Aber ein bisschen Ein Höhlenzon hat es auch hier Vielleicht so Dass man in der Höhle ist Das war ja in Aquaren auch so Dass man das alles gehört hat Und wir haben Dings gefunden Also Kohle immerhin etwas Mal fackeln Ich überlege Gerade Ob ich hier bleiben Will Weil Ähm Ich weiß nicht Hier ist nicht so ein guter Ort Nur das Ding ist Erkunden kann ich halt gerade nicht Weil Ähm Ich kann nur betagen Erstens Und zweitens Es sind überall Drachen Und alles Also Das ist halt nicht gut Laura, was ist das für ein Erz? Was bist du? Kupfer glaube ich Ist das, oder? Kupfer? Doch, Kupfer Was kann ich mit Kupfer alles machen? Ja Dings Botania Botania Emerald Furnace Was? Golden Furnace Leute, man kann sich Magnetik Dings Leute, ich hab keine Ahnung, was das ist Mana Steel Was ist das? An Craftable Table Okay, Tyler Forest Genau, ihr könnt mal schreiben hier, was das alles ist Ich hab keine Ahnung von dem Ähm Dann mach ich Irgendwie nächste Folge auch irgendwas Genau Wir haben jetzt Kohle Dann schauen wir mal, dass wir mehr kriegen Weil es ist richtig Schwer hier zu überleben Actually Ich mein Die Wie heißt das? Der Drache hier Der Nimmt dich praktisch im Mund Und Schlettert dich herum Und so Ich weiß nicht Der ist auf jeden Fall richtig Dings hier Unterscheid extrem laut Das haben wir auch hier Festgestellt jetzt Okay, jetzt nochmal Kupfer Ich darf hier nicht unter mir direkt abbauen Dann könnte ich in Lava fallen Was nicht gut ist So Aber wenn ich sterbe Dann droppen die Items Also die droppen nicht Die Sind so ein Grabstein drinnen Also nach dem Ups Das war meine Fackel Das wollte ich nicht So Okay Komm jetzt mal auch schon ein bisschen Das heißt wir können hier Zucker 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 Dorino So So Mache ich ein bisschen mehr Fackeln Das ist immer so ein Sound Wenn man was craftet Das ist cool Alright So Oh Fragmented Carbon Carbon? Ich weiß es nicht Egal Ich glaube ich einfach hier weiter runter Ich hoffe dass ich hier irgendwas finde Ich könnte ja Warte mal sind es verschiedene Fackeln Ne sind es nicht Könnte ich hier direkt ausleuchten So Ich hoffe dass ich gleich irgendwas finde Ich weiß nicht wie immer die Dings hier Dings sehen Ich glaube ich habe gesagt Der Mord heißt Eis and Fire oder so Was ist das? Habt ihr es gehört? Ich habe gar kein Geräusch Das ist ein Spinning Monden Okay Das Eisen Nimm mal etwas So Was ist das? Das ist dir das? Ne das sind keiner dir So Zehn noch mal zehn Okay So By the way Ihr könnt mir auf Twitter und Instagram mir folgen Dann Was ist das hier? No es gibt 242 verschiedene Zähne Okay Dann verpasst du keine Livestreams oder irgendwas mehr Und unbedingt hier die Glocke Wie gesagt Was ist das? Ich glaube das ist ein Spinne Anschaltende Glocke Weil Ich glaube ich nehme ein Dings auch noch mit Weil dann verpasst du keine Videos und gar nichts mehr Und Wenn ihr euch fragt Wann hier Aquan Äh Aquan Zeige ich schon Wann hier Scarlet kommt Ich release demnächst einen Dingsplan Einen Uploadplan Also unbedingt beim Community Sub Bei meinem Kanal hier nachschauen Dann verpasst ihr irgendwie Keinen Uploadplan hier mehr Also unbedingt nachschauen hier Und auf Instagram poste ich auch immer wieder Immer und wieder Ähm Seiche Bilder und so Sehe ich die coolen Bilder wo ich im Radfahren bin oder sowas Oh Lollys Cobblestone Hier Stonebrick Was ist das? Wo bin ich hier? Stonebrick? Ist das das Dungeon? Oder was ist das? Was ist das hier? Spinne Hallo Hallo Spinne Wie die leuchtet? Vielleicht Tatsache Ich glaube das ist Dungeon hier Vielleicht sind ein paar Spinnen Komm mal her Spinne Ich möchte killen Easy Ich mache richtig viel Damage eigentlich So ich könnte probieren eigentlich Mich von unten hier reingraben Hallo Spinne Das sind noch Zombies glaube ich Ey nein böse Spinne Lass mich doch mal hier eine Fackel platzieren Ich kann hier unten glaube ich kann eine Fackel platzieren Ich kriege Level immerhin Ich untergrabe die mal so Wie viele Blöcke ist das hoch? Eins Zwei 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 Gehe wech Spinne 1 2 3 1 2 3 4 glaube ich Das heißt 1 2 3 4 Bei unten soll gleich der Boden sein Irgendwie hier sollte der Boden sein Also unter dem Boden Das heißt Weil jetzt logisch nachdenke Und da grabe ich die hier jetzt Und hoffentlich Wo ich denn mitte wir sind das wie viele blöcke sind das kann ich direkt in mitte ausrechnen das heißt 1 2 3 4 5 3 4 5 ok es ist genau genau hier ist allerdings das drei blöcke rüber das heißt genau hier vorne sollte der ding sein ein block der neber ein block der neber leute erstmal spiel spawner abbauen all right das muss ich irgendwie schaffen dass ich hier die anderen wege zu baue willkommen schon zombies ich mache richtig viel damage ich sehe ich so ok jetzt erst mal schnell zubauen schnell schnell so diese chest da schon wieder so ne protection dings ich glaube protection 1 knockback regeneration ok regeneration ist immer gut so und brot brot ist auch immer gut all right aber ihr gezählt immer weiter gell gefahrt sich gute zombies ich könnte eventuell nicht gut bin hier dran oder kohleute diesen tipp immer merken wir machen so komischen geräusche dran oder kohle immer so runter dingsen easy peasy kommt noch welche ich habe das noch sporn oder vorne ich habe die droppen wirst du naja ist es kann ich eine lude grabben ich bin folge in der seite braucht kein mensch sind die unter mir die zahnwässer oder wo sind die hier sind spawner ich weiß es sagt wahrscheinlich ja spawner abbauen ist dumm hier aber ich will jetzt erstmal hier überleben es sind tausende zombies irgendwo unter mir oder so unten geht es auch noch mal runter die sinkt der ohr ok 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 ich hoffe hinter mir spawner kann nichts mehr es lag sogar ein bisschen da hell ich hoffe hier kommt auch nichts hoch es besteht zu bauen und ich hab ich mir richtig viel kunden der lautara spinnen dings das kann ich alles bitte mitnehmen glasbottel blaze powder das ist wichtig blaze powder das auch wichtig und das ist wichtig das brauen hier das brauchen wir nicht das braune nicht propre ich glaube ich ich habe richtig viel hier Das ist, glaube ich, noch wichtig, ja. Was wäre ich weg? Das hier wäre ich weg. Das hier wäre ich weg. Und jetzt nehme ich noch einen Brewing Standard, was heißt hier mit. Hier ist noch Dings. Nee, Tabatzen. All right, es sind richtig viele Dings hier. Egal, ich würde mal sagen, dann gehe ich hier mal nach Hause wieder. Es lagte gerade ein bisschen. Sorry, sorry, sorry für die Likes. Aber hier sind tausende Monster. Hier ist noch ein bisschen Erze. Ja, egal. Ich glaube, ich gehe jetzt noch in den Dungeon hier. Nächste Folge wieder. Ja, dann können wir nächste Folge weiter schauen mit dem Dungeon. All right. All right. Okay, es ist wieder Tag, immerhin. Etwas hier. Okay, ich glaube, das Zeug, ich weiß nicht. Irgendwie brauche ich ein Packback oder sowas. Als wenn irgendwie ein Packback... Alter, ich gebe hier ganzen Mobjobs. Ich nehme immer einen Bogen mit. Das Gold. Und ja, den Rest nehme ich mal nächstes Mal mit. Dann ist das hier so mein Second Home. Versteht ihr? Ich hoffe, ich hoffe, es ist kein Drache irgendwo. Nein, ich glaube, das ist wieder weg, der Drache. Dann gehe ich mal nach Hause. Oh, oh, er ist schon wieder da. Okay, er packt hier in der Luft herum. Nicht mal einen Umweg hier zu meinem Haus. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich mache, glaube ich, Leute. Ich baue hier. Ich baue mal hier so eine Brücke rüber. Dann kann ich hier so einen kleinen Weg graben. Ups, das wollte ich nicht. So einen kleinen Weg graben, dass ich vom Untergrund zu meinem Haus komme. Das ist, glaube ich, 300 Kuh. Also das ist wirklich eine gute Idee. So, hier schnell. Build Back here. So. Ich weiß nicht. Kann man irgendwie Backpacks craften? Kann ich auch nicht in der Folge schauen. Weil das wäre noch wichtig hier. Ich weiß nicht, Drache? Da ist oben Drache. Oh, oh. Er kommt zu mir. Böse, 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 böse. Böse, 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 böse. Nein, 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 nein. Alles gut, ich bin zu Hause. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut Nice, böser Drache Ich wollte hier die Tür zu Alright, äh, ich schmeiße hier erstmal Irgendwie Zinn oder sowas Alright, äh Wir haben ein bisschen Cobblestone, ein bisschen viel Cobblestone Dann brauche ich mir ein bisschen Dings hier gleich, aber ich glaube, ich stelle den Rest hier gleich Oben, ich kann hier mein Haus noch Ausleichten Weil ich jetzt Kohle habe Alright, so Und da hinten auch noch eine Fackel, so Dann, ähm Mach ich hier, wo soll ich das bauen? Ich glaube, ich brauche es hier Ah, verdammter Dings Seht immer noch über mir So, dann schmelzt hier das ganze Zeug hier Bam, das Bam, 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 bam Und das, also Ein Rest schmelzt hier irgendwann anders Oder Kupfer, Amber, ist das okay, Leute Verschiedene Werte Ja, egal, dann würde ich mir sagen Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da Und aktiviert die Glocke Und abonniert mich unbedingt für mehr Minecraft Scarlet Und ihr könnt unbedingt in den Kommentaren schreiben Vielleicht werdet ihr dann nachher nächste Folge vorgelesen Oder sogar eingeblendet Also schreibt unbedingt Kommentare Wie man den Drachen jetzt zähmen kann und so Und ja, lasst ein Abo und ein Like da Und ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.